Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty, MW3. Spiel fortsetzen? Ja, denk mal schon. Genau, letzte Mission ist zwar schon ein paar Tage wieder her, aber wir hatten einen Anschlag, und zwar in London. Mal schauen, wie es weitergeht. Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken die Kontaminierungseinheiten. Kein Gas, uns greifen hier russische Bodentruppen an. Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Bodentruppen? Oh nein, die Russen kommen. Ich dachte, Juri wäre unser Freund. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier Overlog. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Ja klar, der Vizepräsident. Als ob. Na dann retten wir ihn mal. Sergeant Frost, Delta Force. Codename, Goalpost. Sergeant Derek Frost, Delta Force in Hamburg, Deutschland. Sehr schön. Wow. Hier geht es aber schon gleich mal hier zur Sache. Schön hier. Mit Booten, Helis und allem drum und dran. Dass wir unsere eigene Stadt einnehmen müssen. Ausbrei Gunner. Oh shit. Der ist down hier. So, was haben wir hier? Das ist irgendeine M4 oder sowas. M16. M4 A1, genau. Grenadier mit Arcog. Sehr nice. Sehr nice. Da können wir schön hinfügen. Der Anker. Holy shit. Wohin, wohin, wohin? Fuck. Sie siegt euch doch mal. Man, man, man. Auf, weiter, weiter, weiter. Von Stein zu Stein. Worin jetzt? Ah, die Mauer. Ihr Jungs müsst vorauskunftschaften und sicher geht, dass wir weiter können. Ja. Schöne Aussicht hier. So, jetzt aber schnell hier. Mit der M4 A1. Ich darf nicht nur wieder zu schnell werden, weil dann werde ich wieder abgeschossen bin, wenn ich den ganzen Brust nähe. Jetzt habe ich eigentlich zwei Zweitwaffe. Die ist M4, ja, geil. So, was gibt es hier? Aufklärungsdaten. Jawoll. So, wir rücken vor. Was geht hier denn ab? Da oben hocken ja auch noch welche. Sag mal, was für ein Scheiß. Hoffentlich knallt mich jetzt nicht ab. Schön hinter der Kiste campen. Halala. Nanana. 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 Oh shit. Oh, okay. Wunsch erledigt. Wo ist hier eigentlich? Ich sehe hier gar keinen. Die ballern einfach nur blind drauf. Ja, von wo denn, Mann? Ach, ihr seid doch behindert. Scheiße, MW3, Mann. So, dann vercamp ich mich jetzt mal hier rein. Geht's hier irgendwo hin? Goal. Damn. Reno 2. Ach, du Otto. Mann, du Otto. Lass mich in Ruhe. So, jetzt aber. Den Großen. Jawoll. Und noch einen Headshot gegeben. Stodieren die? Ja. Oh fuck. Ja, jetzt wollte ich gerade meinen Raketenbapper rausholen und den dann bashen, aber... Reno 2 hat's übernommen. Ach, da kann man nicht drüber. Typisch. Wow. Whoa. Jo, was geht denn jetzt? Ich könnte überhaupt nichts mehr sehen gerade. So, mal gucken, ob wir den erwischen haben. Ja, hier explodiert alles Da kommt man ja überhaupt nicht zum Schluss Hier, schöne Dropshot-Action Alter, ich finde sau viele Aufklärungsdaten in letzter Zeit Schon mal aufgefallen? Ich hab schon fünf! Ohne wirklich danach zu suchen, also ist schon Prostock, oder? So, wo müssen wir hin? An der Flanke stehen, okay Wo ist sie denn? Ach da Die Minigun! Yeah Ja, ja, ich bin okay Auf, weiter So, hier schöne Rambo-Action Heint, heint Ach, das sind unsere Ja, die haben die Hosen voll Ah, der eine hat Glück Oder auch nicht Wollte ich ihn gerade verschonen Dann So was Ja Mal gucken, ob die explodieren Tatsächlich Ja, wir machen jetzt hier Party Wir dansen jetzt den Dancefloor Kuckuck Oh, oh, fuck Die haben alle keine Ahnung mehr Ja, man, alter Du musst doch noch direkt Wichtige Menschen Mach dir willst Ansehen Alter, du schließt direkt Im explodierenden Auto Und stirbst nicht Was soll der Scheiß denn? Ich hab noch keine Minigun gesehen Die sofort schießt Ja Da habt ihr zu tun, gell? Da müsst ihr viel schlucken. Yo, jetzt geht's abwärts. Oh, oh. Oh, fuck. Sofort zum Mannschild aufschreiben. Alles okay, alles okay. Ich war nicht dran schuld an diesem Unfall. 3, 5, 2, 9, 8. Dropshot. Komm, du Otto. Ja, hier ist auch die perfekte Gelegenheit, um Granatwerfer rauszuholen, weil hier alles explodiert. Wenn man einmal schießt. Ah, Sandman, sie sah gerade echt so aus wie ein Gegner. Oh, fuck. Nachbleiben. Oh, dem anderen. Ich wollte in die Fresse gerade in die Fresse. Sorry. Wow. W-T-F. Der ist jetzt nun... Hä? Ach, weil er explodiert ist, bin ich gestorben. Oh, Mann. Ärgerlich. Was alle W-T-Fahrer. Da ist nie in die Fresse. Da ist nie in die Fresse Quie救stür. Oh, ja. So, jetzt weiter geht's. Ich bin die Kanade gerade eben zurückgebrochen, zwei Leute, die mich anlaufen, Leute. Ist hier was? Aufklärungsdaten, Aufklärungsdaten, wo seid ihr? Folgen. Einmal raushücken. Oh, fuck, ich habe ja gar keine Lüge. Gut, es war jetzt auch gerade knapp. Auch wenn es nicht so aussah. Immer schön von Küste zu Küste. Okay, von Küste zu Küste. Ich meine natürlich von Küste zu Küste. Weiter vor. Boah, yo, Küste. Auf, du auch. Du auch, wer kann das tun? Ich weiß nicht, wie es das ist. Ich weiß nicht, wie es das ist. Ich weiß nicht, wie es das ist. Du, muss ich. Nur noch einer? Oh, fuck. Ach, geh mir doch aus der scheiß… Linse! Oh! Du armer! Das wird Thumbnail number one Das ist unsere Zielperson für Evaculierung Taktik Einstieg Der hat keine Chance Jetzt Slow-Motion-Action Ja, ich hab die noch gar nicht getroffen, oder? Am Anfang vielleicht? Ach egal, machen wir es noch machen Hä? Ach, das war so ein Gegner Okay, also Nein, nein, nein Scheiße Das war auch dumm mit der EBR davor zu stoßen, Mann Ich muss erstmal, glaube ich, den rechts killen Okay, also Nochmal Wenn es auch ein Epic Fail ist grad, aber Habe ich den schon wieder verletzt jetzt? Ne, diesmal nicht Diesmal ist nur der gestorben Hi Cool So kann ich jetzt hier runter snipen? Schnippen, 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 schnippe Schnippe, schnippe, schnippe Spitze, die erste Runde geht auf uns Cool